so freunde willkommen zum vierten tag des sturmangriff turnier ist alles sehr schnell drei sterne alle farben sind erlaubt wir haben ja den ersten tag gesehen zweiter und dritter tag war ich halt in der schweiz und man sieht ich habe da ich habe niederlagen angesammelt ja drei stück haben wir insgesamt falls mir das jemand nicht glaubt es sind tatsächlich drei und das sind halt auch zwei nuller dabei ja also hier dass das war ja die null die haben wir ja gesehen dann halt hier einmal 196 ja nichts gekriegt gegen trievel was willst du machen und bei dem hier war marv daneben jahren gear hat fünf mal ausgelöst irgendwann ist dann halt auch mal gut und gekillt hat mich trievel ich habe keinen stein ich habe wirklich ich habe ich habe drauf geachtet diesmal weil ich habe halt schnell gesehen das bord ist scheiße ich habe keinen stein in trievel gespielt das heißt er hat sich durch die runden hat er sich aufgeladen am ende hat er den finalen touch gemacht ich habe nichts gekriegt gar nichts null und deswegen war es am ende auch nur null das war halt schon extrem traurig und dann habe ich halt bibi bibi squid und mr brisket boy gehabt aber auch nicht schlecht ja so erstmal dazu wir stehen auf a also das ist alles gut ich hoffe dass wir einfach uns nicht einkaufen ist dass wir dazu das ziel dann schauen wir einfach mal was also warum kommt prinzipiell ja schweiz war ganz cool denke da können wir vielleicht im live stream ein bisschen drüber reden wenn es euch interessiert dann quatschen wir da ein bisschen marv weiß nicht ob der arbeiten muss kann sein dass er auch zwischendurch da ist oder vorher da ist oder wie auch immer ich weiß nicht welche geschichte hat da kann man auch noch mal ein bisschen quatschen aber das war gut ja also wir sind ja das noch mal eben so bevor wir anfangen eckdaten wir sind von düsseldorf nach zürich geflogen von zürich mit dem zug nach bern da haben wir dann am dienstag also wir sind dienstagmorgen um halb vier aufgestanden weil unser flug gegen halb sechs ging ne halb sieben ging und wir waren dann ungefähr zehn elf uhr in bern insgesamt habe so eine stunde geflogen und anderthalb stunden mit dem zug dahin abends um viertel vor sieben war dann champions league young boys bern gegen leipzig ja marv hat mich ja wieder mitgenommen zum leipziger auswärtsspiel das war übrigens das erste champions league spiel was wir geguckt haben was leipzig gewonnen hat wir waren ja schon immer dritt und in menschen bei manchester city ja also in manchester und in madrid und jetzt waren wir halt in der schweiz in bern leipzig hat 3 1 gewonnen war also super ja und dann haben wir da im hotel gepennt das hotel war auch ziemlich cool war war ganz gemütlich und am nächsten tag am mittwoch sind wir halt dann wieder zurück und am ende war ich 18 uhr abends zu hause dann habe ich nichts mehr gemacht so wirklich nur ausgepackt und das war es dann und ja jetzt geht es halt wieder los hier das so die die eckdaten dazu erstmal okay das letzte team mit dem ich angegriffen hatte da lief das mit bertulf sogar ganz gut den habe ich ja für den mythischen titan mal eben schnell gemacht den spiele ich auch immer mal wieder wenn es sich anbietet weil einfach wenn man ihn hat warum sollte man das denn dann nicht mal machen also zarel können wir mitnehmen fast weiß ich gar nicht weil der juka ein ist ob wir den jawohl wir sollten mit grün ja schon spielen das bertulf nehme ich raus sally nehme ich auch raus ribbit bleibt drin und wir nehmen noch nur mit als grün und als anderen supporter nehmen wir noch rekettere mit ich denke damit sind wir eigentlich ganz gut unterwegs grün für die beinen auch wenn er natürlich die def ab noch macht gegen grün ja aber was soll ich anderes tun und gelb gegen aquila wir gucken einfach mal wenn wir ein paar steine kriegen dann flugt das ja wenn wir keine steine kriegen dann flugt das nicht relativ simpel also so so rucka so rucka wird auslösen gehe ich von aus mal gucken mal gucken wie wir das hier gescheitesten machen und halt die roten spielen dann würden die gelben hier hingehen dann könnte man hier ja das ist gar nicht mal so schlecht haben gelben diamanten so oh ohje sowas wollen wir nicht so ich muss jetzt aber scheiße das ist doof der ribbit löst dann aus weil das hier in blau geht ich kann es nicht ändern ne löst noch nicht aus sehr gut ich brauche rekettere ich muss jetzt mal muss jetzt mal heilen hier wir können von mir aus hier hingehen das ist erstmal gut wir spielen das so richtig nein nicht gekillt oh ärgerlich ja und wieder auf rekettere habt doch mal mitleid mit dem heiler dumme nuss ah ich brauche bewegung ja wieder auf rekettere ah sehr immer doof da nummer eins ist down nicht aquila ach man junge geh auf fast komm bitte oder auf zarrel ja das war auch ok das war wiederum nicht ok ach ich kann ihn noch nicht mal killen oh ist aber auch jetzt hier ja er ist nicht im gönner modus ja spiel mit den ich habe hier zwar das grüne match gesehen aber ich will ribbit da wegkauen so gut na komm fast wir regeln das jetzt sehen wir da hinten noch die raus ok sehen wir aquila raus oh gewinnen wir das am ende noch er macht ja nicht viel schaden könnte sogar noch gut sein machen wir das funktionieren machen das mal ruhig ha 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 ah ja 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 aber rekettere hat er richtig kassiert in diesem match was zum teufel jemand da hat er jedes special abgekriegt oh John Gotti junge ajee mit doppel oh je Aber da müssen wir mein klassisches Tree Evil Team nehmen. Was in der Regel funktioniert, wenn man halt ein bisschen was kriecht. Muss unbedingt Halo Limit breaken, aber ich vergesse es immer oder ich mache es nicht. Ich weiß ja auch nicht. Mal switchen die beiden mal. Ich will nicht, dass die beiden Heiler nebeneinander stehen. In dem Fall jetzt. Könnten wir mal eben tauschen. So, und dich tauschen wir auch. Weil er ja kassiert. Aber das gehen ja eh alle auf. Alle in dem Fall. Das ist sehr undankbar, was hier ist. Wir hätten jetzt auch mit Rot gehen können und hoffen können, dass wir da dann den Tank killen. Aber ich gehe lieber auf Safety First. Und schaue, was die Steine mir bringen. noch das. Oh, knapp. Da hat er das blaue Match noch durchgekriegt. Zahra Lan. Verfahr es an. Nicht Trinkern. Nicht Trinkern. machen. Weißt du, jetzt mache ich ihn an, weil ich spiele jetzt den roten. Okay. Jetzt spielen wir den blauen hier. Und er lebt halt immer noch. Ja, er lebt noch. Mann, Mann, Mann. So, die Triebel lösen aus. Das ist gut. Das ist nicht so gut mit Dorn. Aber da können wir gleich schon ein bisschen was rausnehmen. Ach so, er kann ja. Okay, wir machen das so. Können wir da ein paar Eulen wegnehmen. Das ist eigentlich ganz gut. Neul und eine Kombi. Okay. vom Prinzip her nicht schlecht, weil wir haben Zachel am Start und wir haben jetzt hier. Machen wir den Strauchbären an. Obwohl, ne. Ne, noch nicht. Machen den gleich an. Oh, fuck. Hätten wir mal angemacht. Ach, das ist grober Unfug. Das ist echt grober Unfug. Machen den jetzt an. Wir heilen mal. Ich meine, wir sind in der Überheilung. Das ist jetzt nicht so dramatisch. Wir können da erstmal nur Bewegung reinbringen und gucken, was dann kommt. So, das war wichtig. Das ist jetzt hier wieder so ein nach dem anderen. One by one. Müssen sie fallen. Das war gut, dass da auch noch was nachgekommen ist. Das hat uns so ein bisschen den Arsch gerettet. So, er kann nichts machen. Das ist gut. So, wir heilen nochmal. Wir haben Zachel am Start. Okay. Da habe ich kein Match unter ihm. Das ist natürlich auch wieder ärgerlich. Aber wir haben jetzt das blaue Match hier. Und sogar ein grünes. Ja, ist in Ordnung. Dann machen wir Yuka Hain an. Das geht natürlich auch. So. Jetzt spielen wir hier die grün. Jetzt siehst du halt auch. Das ist halt ein gutes ein gutes Tree Evil Team. Wenn man halt die Steine in der richtigen Zeit kriegt. Das muss man halt fairerweise dazu auch sagen. So, vom Prinzip her habe ich jetzt keine Angst vor ihm. Ich müsste jetzt eigentlich Dawn wegkriegen. Weil Dawn ist ja auch so die ist jetzt blau. Wir haben Schwerpunkt grün. Das funktioniert eigentlich vom Prinzip her. Wir müssen halt auch dann das aktiv hinkriegen. Wie lange hat der noch? Zwei Züge? Ja. Ich schwirme mal in den Strauchbären rein. Der kann ja sowieso nichts machen. Deswegen ist Yuka Hain halt krass. Der nimmt halt den Strauchbären komplett hops. Der macht halt nichts mehr. Sehr, sehr gut. Und hier hin. Yuka Hain wieder an. Machen wir Halo jetzt auch mal an. Der wartet schon so lange, dass er da auch mal irgendwie an sein darf. Aber das ist stark. Und dann haben wir es. sehr gut. Okidoki. Candy. Yo, Grams. Da habe ich auch gegen einen verloren. Da hat Grams tatsächlich alle wiedergeholt. Oder nicht alle, aber er hat Leute wiedergeholt. War auch sehr, sehr schön. Da habe ich mir auch gedacht, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Grams. was soll ich sagen? Wir spielen hier, glaube ich, mit Doppeltree Evil noch. Ne, mit Tree Evil und Meve. Einmal ganz kurz gucken. Sniper, Sniper, Idiot, Kasper und ja. Gut, ihn nehmen wir hops mit Yuka Hain. Einen Heiler sollten wir schon mitnehmen. Lila, ja. Wir versuchen es mal mit dem Team. Tree Evil, Meve, Zarrl, Boom. Ist das Team eigentlich tot? Wir brauchen nur die passenden Steine in der Zeit. Wir haben hier vier, wir haben da vier. Ja, das ist gut. Na. Ja, Ja, weiter, 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 immer weiter. Oh. 707 hat sie jetzt wieder. Was eine Schweinerei. Da zerstöre ich euch alle. Rams muss weg. Rams muss weg, bevor er auslöst und mehr. Ja, dankeschön. Heidis. Die Heidis. Was? Deutscher Gegner? Oh, Level 39. Oh, nicht schlecht. Habe ich gar nicht gesehen. Nicht schlecht. Level 39. Okay. Level 51. Muggi! Muggi ist da. Oh. Ist ein bester Mann. Auf R kann er auslösen. Wir nehmen hier Rot mit. Schwerpunkt Rot. Anders können wir das nehmen. Schwerpunkt Rot. Nehmen wir mal hier was ganz anderes mit. Ah doch, Zaril bleibt drin. Schwerpunkt Rot. Skrekok. Nehmen wir auch mal wieder Sudki mit. Ich habe den schon ganz, 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 ganz lange nicht mitgenommen. Der muss auch mal mit. Und dann brauchen wir noch, ja, wir nehmen Fast noch mit als Heiler. Aber dann switchen wir das ein bisschen. Machen wir das so und so. Okay. Lass mal eben machen, dass Solarium Mondfalke kriegt jetzt die Truppe. Okay. So, dann gucken wir. Sudri abhängig von Roten Stein. Ja, da werden wir jetzt mal sehen. Ich sage ja immer, das ist scheiße. Mal gucken, ob das, wie sich das hier verhält. So, Belit können wir eigentlich erstmal rein spielen. Die macht keine Überheilung. Die macht nur normale Heilung. Und wenn wir halt nur in sie rein spielen, dann heilt sie sich halt nur normal hoch. Das kann uns ja im Endeffekt Schnuppe sein, weil wir halt unsere Steine erstmal da alle rein spielen. Und dann schauen, was da warum kommt. Okay. Dann machen wir Mondfalke mal an. Wir haben ein paar rote Steine. Wir machen Skrekok zuerst an, weil der macht eine Tag ab noch. So, und jetzt kommt Sudri. 300. Naja. Aber siehst du mal, wir konnten uns halt gut laden. Mugi? Mugi will dich eigentlich bis zum Schluss lassen. Ich hoffe, er stirbt mir vorher nicht. Au, au, er wird sterben. Ah, bye, bye, mui. Salavista. So. Fass nochmal an. Ja, machen wir hier die roten. Und jetzt hat man halt das Problem, die roten sind voll. Gut, wir haben jetzt sieben Steine in rot. Das ist vom Prinzip ja gar nicht mal so schlecht, aber, naja, ist halt so das Ding. Kann auch sein, dass man dann nur zwei hat und dann macht es halt nicht so viel Schaden beziehungsweise gibt vielleicht nicht so viel Defense Down oder weiß der Geier, was die alle da machen. Das ist so das Problem. Er sagt 27 Liu Basha hat es nicht geschafft gegen mich. Poppy Tree Evil Tree Evil Mewe mit Zarrell und Fass. Yes. Die beiden bleiben. Tree Evil 1 Mewe Tree Evil 2 Okidoki. Du kriegst auch die Angriffstruppe. Falsch. Aha. Okay. Auf geht's. Gegen Poppy. Das sollten wir doch schaffen. Poppy. Hieronymus. Oh, das ist viel gelb. Äh, viel. Ja, ich bin manchmal auch, ich bin manchmal echt durch. Das ist viel gelb. Genau. Sagte er und spielte ganz viel grün. Ja, du schlauer Vogel. Musste das sein, dass du so oft auslöst? Jetzt spielen wir lila, das geht in grün unter add. Ja, das muss nicht alles sein. Okay. So. Vorher erst den Tree Evil, weil das ist der schwächere. Wir gehen mit Mewe dahin. Ich hoffe, ich treffe sie jetzt, weil ich will eigentlich Farce weg haben. So, und jetzt kommt der dicke Tree Evil. Boom. Manchmal spielen wir den grünen Diamanten. Oh, Mewe. Aber dann haben wir's gewonnen. So einfach kann Rush sein, ja. Kann aber auch ganz bescheuert laufen, indem du dann halt gar nichts kriegst. Das hatte ich ja auch. Und das ist dann, wenn du dir dann sowas anguckst und dann wenn ich mir meine Null gegen Jahrhangier nochmal so vor Augen rufe. Alter, das war richtig hohl. Ja. Okay. Kann ich erstmal so mitleben. Wir sind am guten Weg. Wenn wir uns nicht einkaufen müssen, ist alles super. Okay. Was hat er denn? Tja. Tja. Sieht fast aus wie meine. Nur, dass ich den Strauchbären nicht drin habe. Sonst wäre es fast das gleiche. Okay, gut. Dann würde ich sagen, Freunde, das war's vom Turnier. Wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Wir sehen uns rallye. Wir sehen uns Wie we gehen. Schau' в Jiymön.